Herzlich Willkommen zurück, Freunde der wilden Schießereien. Es geht weiter mit Call of Juarez Ganslinger. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Without forgiveness werden wir uns hier weiter den Verbrechern auf die Spur begeben, dem Mörder unserer Brüder. Ich habe die Brüder in den Hügel gesucht. Ich habe diese Brüder in den hohen Hügel, als sie auf die Erde gehen. Welchen Hügel wären das? In den Ozarks, glaube ich. Ein perfekter Ort, um zu schützen von den Autorenzen. In der Fall, bevor ich sie finden, einige Indische, die die Rez und die Flügel entfernt waren, haben mich zu finden. die indianer wieder Wir haben hier einen Skillpunkt zu verteilen, wir haben uns jetzt hier besser im Kombosystem und dafür bekommen wir schnelles Schießen, also schnelleres Aiming, sehr schön, der Revolver, damit gehen wir jetzt ab, oh er hält zwei Schüsse aus, nur ein Headshot Hey, how about another Whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul Das ist ein Camp Now, where was I? Indians, right? I had more than my share of run-ins with the Redman, like that time Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir, you did? Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me Jesus Christ, we're back to that again Ach ja, hier, wie Grey Wolf erzählt hatte Wie Grey Wolf erzählt hat And the darkness will grow until it consumes everything you are Nein, ich habe wieder zu viele riskiert, aber es war gerade so cool Oh, okay Like that time, did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir, you did? Ah, of course I did In fact, I could still remember that old medicine man's words to me Jesus Christ, we're back to that again You carry great darkness in your heart It will claim your soul You will come to this place again You will come to this place again And kill many more men And the darkness will grow Until it consumes everything you are That's a lot So, did you ever find him? Who? The man you are after Let me ask you something, Ben You ever think about death? Mr. Graves, are you alright? He is the little helmet here Will she spare me over to another year? What is this that I can see? With eyes-cla authenticity... Sure, very pretty Will I end death, none can excel, I'll open the door to heaven or hell, oh death, oh death, oh death, won't you spare me over till another year? So are you going to answer the question? What question is that? Jim Reed, did you ever find it? Reed was indeed that sonbitch's surname, that's where I had been, a despicable character, I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers, he was intent on avoiding my vengeance, but nothing was going to stop me, nothing. Frank James, he's on the hill. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Auch genug, um mich aufzuhalten. Die Sonne steht günstig für ihn. Jess and Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. We have a better way, but we have a better shot here. Oh no, I'm still alive. We have to take it. Well, I can't fault Frank for wanting his revenge as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Ah! Kuhl kam rechts. Ich war so gut durchgekommen. Und ich werde ihn noch kriegen. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Hey, that son of a bitch! Die Kuhl kommt rechts! Schon wieder rechts! Ah, haaaah! Ich hab sie ganz klar links gesehen, aber bei dem Dynamit und sonstigen Adrenalin-Fühl, da kann so das schon mal passieren. Ich muss jetzt mal warten. Ich bin gut erwischt. Das Dynamit liegt gar nicht gut. Ich versuch's weiter. Das Dynamit habe ich selbst abgeschossen. Da fällt der Hightound. Na ja, es ging direkt weg von der Klappe. Ist Frank James noch in da? Ja, Sir. Aber Frank James ist noch immer wieder. Er lebt in Missouri. Er zeigt Leute rund der Familie-Farm für 25 Cent pro Tour. Ich sagte nicht, er hat im Falle sterben, oder? Er hat den Sturz überlebt. Ich bin mit diesem verdammten Ausland-Lieb. Böge mich, nicht böge mich, mach was du willst. An diesem Punkt habe ich einfach nicht eine Scheiße. Ich habe Frank erklärt, dass ich nichts gegen ihn persönlich hatte und dass ich jemanden für jemanden zu suchen. Du willst Reed? Hör ihn an! Ich habe niemals als dieser Bastarde gemacht. Ich bin hier fertig! Dann mach's gut, Frank. Wir müssen leider weiterziehen. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Well, ich habe endlich gefunden, die letzte der Gang schüttet in einer Nähe-Bi-Cave. Erstmal, ich musste die Begrüßt, als ich war bereit, nicht zu lassen, dass dieser Begrüßt wiederkehörte meine Begrüßt wiederkehörte. Aber in der Wanderung in willy-nilly, habe ich gedacht, dass es besser wäre, dass diese Begrüßt wiederkehörte eine Begrüßt wiederkehörte. Hey, Reed! Ich schüttelte. Kein Wunder, dass du so odernäres bist. Es kann nicht einfach sein, dass du mit der Begrüßt mit der Begrüßt warst. Während du für die Familie bist, sie spüren ihre Begrüßt für jede Zeit, die Kohl-Jünger ist. Nicht eine sehr begrüßt, aber sehr am liebsten. At least sie war für mich. Das war's. die nehmen wir alle auseinander hier ein bisschen Konzentration wie wenn es hier in so einem Shootout geht das war ein bisschen unfair aber ihr wisst ja wir haben die alle alleine auseinander genommen wieder mal wie jede Wild West Bande das sind die wahren Geschichten von damals waren wir dann nur noch zu zweit das was du getan hast nichts sein müssen Reed weißt du selbst ich will es dran glauben sieh ich schon und dann langsam her geht sehr schöner Schuss so hätte es enden können Leute und dann wäre er noch am Leben aber ihr wisst ja ich habe meine Brüder gerecht und deswegen war es auch anders und zwar so die Leute stolz sieht er denn noch nach rechts den haben wir uns geschnappt Leute Jim Reed wieder ein ehrenhafter Kill gewesen wir sehen uns im nächsten Part von Call of Who das ganz länger wieder machts gut Leute ja tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020